Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, Sie sind jetzt alle mit Kopfhörern ausgestattet, wenn Sie nicht Englisch und Deutsch gleichermaßen gut beherrschen, damit Sie auch nichts verpassen von den spannenden Diskussionen und von den spannenden Beiträgen, die dann gleich vom Podium kommen. Willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung zu einem gemeinsam organisierten Abend mit Gemeingut in Bürgerinnenhand und Urgewalt hier aus Deutschland und mit Counterbalance. Das ist ein europaweites Netzwerk mit Arbeit von Prag und Brüssel aus. Es ist eine gemeinsame Schnittstelle unserer Arbeit, die uns unsere vier Organisationen vor knapp zwei Jahren zusammenbrachte, an der wir auch heute tagsüber gegenüber gearbeitet haben und die auch ausschlaggebend war für die Idee dieser gemeinsamen öffentlichen Abendveranstaltung hier mit Ihnen. Diese Schnittstelle heißt globaler Konsens zur Infrastrukturinvestition und dem damit verbundenen Modell öffentlich-privater Partnerschaften, diese Investitionsströme an den Start zu bringen. Es ist die gemeinsame Forschungsarbeit, die Öffentlichung, Machung der Ergebnisse und die Advocacy-Arbeit für Alternativen, die wir heute im Dreiklang präsentieren wollen. Dabei ist die Heinrich-Böll-Stiftung schon seit 2008 unterwegs, den G20-Prozess, den exklusiven Club von 19 der wirtschaftsstärksten Staaten und der Europäischen Union zu beobachten. Und das Thema Infrastrukturinvestition steht bei unserer G20-Watch-Arbeit seit 2011 im Fokus. Aus Anlass der deutschen G20-Präsidentschaft, die jetzt gerade letzte Woche am 1. Dezember begonnen hat, haben wir ein Informationsportal, auch mit dem Titel G20 im Fokus, vorbereitet und online gebracht. Da draußen liegen diese kleinen blauen Karten auf, auf denen Sie auf der Rückseite in Englisch und in Deutsch die jeweiligen Website-Adressen finden, um da vielleicht mal nachzuschlagen. Und dort wird ab morgen auch ein Beitrag meiner Kollegin Nancy Alexander stehen, den wir aber trotzdem schon im Vorabdruck mal für Sie auch in der Auslage hingelegt haben, falls Sie nachlesen wollen. Ansonsten wäre es uns sehr recht, wenn Sie mal gelegentlich bei G20 im Fokus vorbeischauen. Da gibt es viele Informationen darüber, was man über die G20 so wissen sollte. Ich freue mich, dass Malte Kreuzfeld, der Redakteur, Journalist bei der TAZ ist für Wirtschafts- und Umweltfragen, sich bereit erklärt hat, heute Abend hier die Moderation zu übernehmen. Und du hast jetzt das Zepter in der Hand, Malte. Danke. Ja. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um heute Abend hier über Infrastruktur und Privatisierung in Deutschland, in Europa und weltweit sich zu informieren und zu diskutieren. Ich freue mich auch, dass ich selber dabei sein kann, weil es ein sehr spannendes Thema ist aus meiner Sicht und auch ein sehr aktuelles Thema, was ja auf allen drei Ebenen im Moment große Aufmerksamkeit findet. In Deutschland haben wir aktuell eine Debatte über die mögliche Privatisierung von Autobahnen. Das ist morgen im Kabinett das entsprechende Gesetz. In Europa haben wir den Juncker-Plan mit Investitionen, die ebenfalls mit privatem Kapital durchgesetzt und Finanzierten ermöglicht werden sollen. Weltweit gibt es auf G20-Ebene die Initiative unter deutscher Präsidentschaft, unter anderem in Afrika, Investitionen unter Beteiligung der Privatwirtschaft durchzuführen und zu organisieren. Über alle diese drei Bereiche werden wir heute Abend von spannenden Referentinnen und Referenten hören. Es wird dabei keine Pro- und Kontra-Diskussion oder ähnliches sein. Hier sind im Prinzip sich, glaube ich, in der Stoßrichtung alle einig. Trotzdem denke ich, dass man viel miteinander zu bereden hat in Form von einem Erfahrungs- und Strategieaustausch, könnte ich mir gut vorstellen und eben sehen, wie ähnliche Probleme in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Ebenen angegangen werden. Und ja, bin sehr gespannt, was wir dabei erfahren werden. Die Veranstaltung wird simultan übersetzt, Deutsch und Englisch. Das ist ja schon gesagt worden. Wer mich jetzt also nicht verstehen kann oder wer gleich kein Englisch versteht, braucht einen Kopfhörer. Zudem wird die Veranstaltung mitgeschnitten und im Internet übertragen und später wird es auch eine Zusammenfassung davon geben. Wer also sich zu Wort meldet nach einer Diskussion, erklärt sich damit einverstanden, dass das auch dort verwendet und übertragen wird. Ja, der Ablauf wird so sein, dass wir zunächst drei kurze Referate zu den drei verschiedenen Ebenen des Themas hören werden, mit zwei Reaktionen aus Deutschland dann von zwei weiteren Sprechern. Dann wollen wir auf dem Podium ein bisschen diskutieren und anschließend mit Ihnen allen diskutieren. Zum Abschluss gibt es dann noch Getränke und Brezeln und man kann die Diskussion vielleicht dort fortsetzen. Und unsere zwei Referentinnen und ein Referent, die jetzt zunächst uns den Überblick über das Thema geben werden, sind zum einen Nancy Alexander von der Heinrich-Böll-Stiftung, es ist Xavier Soll von Counterbalance und Jana Mattart von Gemeingut in BürgerInnenhand. Und den Anfang macht Nancy Alexander. Sie ist seit vielen Jahrzehnten aktiv für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung und gegen Privatisierung ist in verschiedenen NGOs dazu tätig gewesen und gilt, glaube ich, kann man so sagen, als eine der besten Expertinnen für Infrastruktur und weltweit. Seit zehn Jahren macht sie das bei der Heinrich-Böll-Stiftung, ist dort im Washington-Büro als Leiterin des Economic Governance Programs zuständig. Und ja, Nancy, I would invite you to give us the first presentation and give us an overview over the worldwide situation of investments and infrastructure and the role that private companies play in this. And maybe since Germany has the G20 Presidency at the moment, it would be interesting to also have an international view on how this is seen, what the expectations are, and especially with this compact for Africa that Angela Merkel is promoting. Um, yeah, the floor is yours. I guess we stay down first because you have a presentation with slides. So, welcome. Thank you for the kind introduction. I am really happy to be here at the Heinrich-Böll headquarters from the remote outpost in Washington, D.C., and, uh, and, and speak with you all. You know, I was thinking as I walked over here that if you had asked me a month ago before, uh, Mr. Trump was elected, what the problem was, you know, in the United States, one of the things I would have told you is that, well, we have corporate capture of government. But with his election, the corporation has become the government. government. So, on a very big scale, we're seeing the public-private dynamic, uh, playing out in the United States and elsewhere. And today, we talk about it on a smaller scale. Um, so my topic is public-private partnerships in the super-sized investment model. And as most of you know, the trends in the global economy are not looking good with regard to trade levels going down, investment going down, growth going down in most places. Um, the European banks are not financing projects the way they used to. And, uh, there's a lot of money floating around. Some say one trillion dollars that is saved and not invested because money wants a higher yield than it's able to get. And the G20 governments do not agree agree on monetary or fiscal policy, but they do agree on one thing, and that's infrastructure. And they have invented a new paradigm. And, you know, a friend was saying to me this afternoon, that G20, I don't know if it does really anything meaningful. And, um, my answer was, well, if in the G20, you take 20, you take 20 finance ministers, and these same 20 finance ministers become really old friends, like a fraternity at a college. And the same 20 guys, or one or two women, go to the World Bank and have drinks, and they bring the consensus that they made in the G20, and then the same guys go to the IMF, well, you have the dynamic and the possibility of something really big happening, if they agree. And they've agreed on a paradigm, you know, development assistance by governments only comes to around 130 billion dollars. And they've decided that's absurd. That's just small walking around change. Just 130 billion. It's time to go from billions to trillions. And so my talk today is all about how we go from billions to trillions in investment, and how is it done, but by mega infrastructure. You're interested in a decentralized little solar panel on your house. G20 doesn't care about you. Because it wants to spend a lot of money. Now why? Why is more better? Why is bigger better? And here's the reason. At the annual meeting, the chief financial officer of the World Bank described the reason. He said, you know, since World War II, trade has dropped precipitously. It has plummeted. We can no longer count on world trade as an engine of the global economy. Therefore, we have to spend a lot of money in infrastructure and change the structure of the world economy. So what they intend is to link continents in four sectors and to promote PPPs, but not individual PPPs, whole entire portfolios of PPPs in which long-term investors like pension funds and insurance companies can invest. This is all in the context of a rise in competition between great powers. Probably Donald Trump will join the Asian Infrastructure Investment Bank, but that creation of that bank ended the post-World War II model that the U.S. ran. That was called the Bretton Woods model, and that model is now dead. And in reaction to China, the MDBs run by the West are all teaming up. And of course they say, ah, we want to get access to energy and water. But it just so happens that the infrastructure they're deciding to build is what's called trade facilitation infrastructure that gets access to natural resources and markets. So Nick Hildyard, um, has, uh, I have taken four of the slides that Nick sometimes uses. They're the best four slides. What do you see? What is this picture? Who can volunteer? Oh, come. A rabbit. Is that a rabbit, everyone? It's a duck. What is it? That's what a PPP is. You look at it one way, and it's this amazing creation that all of a sudden is going to solve all these big problems we've been having. And you look at it another way, and it's a total ripoff. What's the truth? Well, my paper, which is, um, out on the table has a lot of data in it, but I will be interrupted if I go into the data. So I just want to say that there is a lot of data showing the PPPs. When they measure the success, they measure the profitability. That's really helpful, isn't it? When we want to know how many people are served, that was sarcasm. Um, but in mega projects, the problem is that we're combining PPPs, which are a bad deal to begin with, with mega PPPs. Well, mega projects, whether they're public works or PPPs have a terrible record. Uh, talk to Oxford about that. Um, so the investment model socializes losses and privatized gains. Actually, someone in the German finance ministry said that the other day, my jaw dropped, but he knew who his audience was. So you have contingent liabilities, you have pensions, taxes, user fees, all served up in a great big holiday dinner. And investors are just privatizing as much as they can with the dollar bills and they're socializing the losses. Now, Nick, my friend Nick, he'll show himself later, but he said, this, this looks like infrastructure, right? It's kind of like, this is not a duck rabbit question. This looks like infrastructure, right? This is a non-participatory audience. So I'll answer my, I'll answer my question. Yes, but it's a very, it's not an important kind of infrastructure. It's, it's, this is the real infrastructure. When you look at the road, all the investor cares about our revenue streams. Now, if you don't have the term, however, it's translated, and I'm sure I'll get help with this. If you don't have the term revenue stream in your vocabulary, please add it. Because nothing else I'll say makes sense if you don't add it. In order to get the pension funds and the insurance companies. Now, you know, these companies have been in really, really big trouble. And all these people like me that are getting old, I'm exempting all of you, um, that they need money, you know, to live on. So the pension funds wants a stream of revenue. They don't care about the road. They don't care about the dam. They don't care about the bridge. They just want a revenue stream. So the key message is that we're not opposed to infrastructure development. But we have evidence, a lot of it, that appropriate scale projects are more successful than mega projects, and that the PPP rules would really hurt the average person. And the G20, which has come to Germany, presents another problem for investment, namely that it's quiet about climate change. It has actually had a taboo. They actually, I sat with a French Sherpa, and I used the term climate change. And she said, don't say those two words. We don't use them at the G20. So, uh, now the Merkel is breaking the silence. She's using the term climate change. And yet, her whole assembly of peers is promoting natural gas, and a tremendous amount. It doesn't matter if it's nuclear, solar, natural gas, as long as you can create energy. And these planetary boundaries, they do not exist. You know, this is a post-truth world, right? Post-truth. We're post-truth. These planetary boundaries are only, Donald Trump says, in your imagination. I'm, again, being a little sarcastic, but, um, so a few words about the German G20 and its compact with Africa. Um, we don't know what kind of deal is going to be offered Africa. Um, it may be that African countries will be asked to deregulate labor, deregulate trade, deregulate environment, um, deregulate each sector, and in return get access to public-private partnerships. Now, we're living in a world where citizens are not making decisions about what kind of infrastructure they want in their neighborhood. There's a master plan for every region of the world. Here's the master plan for one belt, one road. Here's the master plan of any energy projects that, uh, the German government and other governments have worked very hard to build the capacity of people in Africa, um, to, uh, to build and run. Here is the master plan for transportation in Africa. This whole plan in the four sectors is called the program for infrastructure development in Africa. And corporations, uh, have pledging conferences, so to see who will invest the most. So there's one in South America that has several axes. Um, and the message of my presentation is that the G20 really would be very happy if the United Nations just did not exist any longer. It has been draining all money and power from the UN for as long as possible, especially the US has wanted to kill it. So it's put the United Nations off in the corner to work with civil society, and they've come up with these very inspiring sustainable development and climate goals. Meanwhile, on the other hand, if anyone knows the SDGs, number 17 is the means of implementing the SDGs. And the means of implementing them is being decide, decided by the G20. Now, some people wouldn't call the G20 a world government, but it has a cabinet of about six different types of ministers. They meet all year round. Each G20 summit has about 70 meetings, uh, during the year. And people are sometimes unaware that the G20 has grown to enormous proportions with all of these attributes of a world government. And while it's true, what people say is very ineffective in some ways. It has developed a model of infrastructure, and I hope I've described a few features for you. Um, that, um, has legs, as they say. I hope that translates into German, has legs, has power. So there's an investment juggernaut with mega, giga, tera, million, billion, trillion dollar projects with very few norms in the context of liberalized investment regimes. And, um, I'll just close by saying I learned one very interesting thing today. Um, every region, including Europe, has its own, like, project preparation, fundraising, and, uh, facility that it, that launches projects. And in Africa, the facility is called the Africa 50. And the CEO of Africa 50 just recently said, oh, well, the multilateral development banks, they might have some economic, social, environmental governance considerations, but we're a private commercial body, and we don't use any of those. So in closing, we have a really big job before us, because we are living in a kind of post-truth society, um, where people are being told what it is the decision makers think that they want to hear. And more and more of the time, that's not what's actually happening. So I'm glad that you're here tonight, and I'm looking forward to the presentations on Germany and making all the connections we can make. Thank you. Thank you very much, Nancy, for this presentation. I'm sure the audience will wake up a bit more later on and respond to your questions better. At least they have to. We need their questions later on in the evening. Our next presenter is Xavier Sol. He is the director of, or, and welcome in Berlin. And we would like to hear from you what's happening on the European level in terms of financial infrastructure, what the problems of these plans are. And we would like to hear from you, Hans Ar. Thank you. Thank you very much. And also thanks a lot to the Heinrich Bell Foundation for having hosted some of our internal meetings in the last days. It's really appreciated and great to be, to be here. From more of the international level, we'll move now to the European level, looking into the race to mega projects and new financial mechanisms in Europe. All over Europe, actually, since the financial crisis in 2008, large-scale infrastructure are being promoted by European governments as being key to boost economic recovery towards growth and jobs. That's the general narrative. But still, governments have been facing a dilemma. On the one hand, they would like to spend public resources during the downturns to boost the economic recovery, so to act in a counter-cyclical way. But at the same time, they are also often submitted to the logic of austerity and budgetary constraints. The push for infrastructure comes from a wide range of actors at European level. Of course, you have the governments, you will hear later about the case of Germany, but also the European institutions and especially the European Commission. So now, I will have a quick look into some recent developments in Europe in that regard, with a set of pilot initiatives being designed. First, on the push for public-private partnerships, PPPs. What's been happening is that the European Commission, its analysis is that the number of PPP projects in Europe has decreased dramatically with the crisis. So now it is up to the public sector to push for such kind of mechanisms and projects to be financed around Europe. And what it does is especially to task the European Investment Bank, EIB, to finance and support the design of PPP schemes for large infrastructure projects. To give you an idea of the amount, in 2014 only, the EIB support to PPPs was around €3 billion around Europe. So we're speaking here about the significant scale of investments. I would also like to mention the investment plan for Europe that some of you may have heard about as the Juncker plan. So it's the flagship initiative of the European Commission under the President Juncker. to inject €300 billion in Europe from 2015 to 2018. Here, the EU budget is used as a guarantee for the European Investment Bank to make extra loans, compared to what it would have been done without this guarantee. And the objective here is to go for what is called riskier projects that would not see the light without such financing. But actually, what we see is that for the EU institutions, what is considered as risky is not really an investment which could have, let's say, positive environmental or social impacts, for example, on reducing unemployment. But it's rather, the risk is rather defined as the risky financial architecture around a project. And what is more suitable to that definition than PPPs? And what is more suitable to that definition than PPPs? Our analysis shows that actually in the transport sector, for instance, when you look into the project that has been financed by the investment plan for Europe, there have been five motorways being financed, the five of them under PPP schemes, including one in Germany. And looking into other sectors of the economy, we also see that some healthcare centers in Ireland have been financed under public-private partnership schemes, as well as, basically, the privatization of regional airports in Greece. So, the investment plan for Europe is also really relying heavily on PPP schemes. Looking into other financial instruments, one that is worth mentioning in the recent years is also the project bonds. Here, the idea is, coming back to what Nancy explained, to create risk-sharing instruments to attract and mobilize private capital, meaning mainly pension funds and investment funds, for themselves to go into infrastructure investment. So, in 2012, the European Commission launched, again, together with the European Investment Bank, the project bond initiative. It works this way. So, for companies that are large enough to access financial markets, project bonds can be emitted as part of their debt finance. And there, the EIB is using the project bond credit enhancement, which means that, basically, by taking out a tranche of the bond, they increase the rating of it, which makes it easier for the investors to invest, to buy some of the bonds. So, here again, the idea is to, let's say, de-risk the investment from institutional investors. Okay, what's the problem with that approach? Let's look at the first project that has been financed under this project bonds at European level. It's in Spain, of the cost of Valencia, the so-called Castor project. Actually, it shows how this reliance on financial markets to finance infrastructure can have really disastrous impacts on territories and citizens. So, it was the first project under this initiative. It was an underground gas storage close to Valencia. The work started in 2013. After a few months, basically, there were earthquakes, hundreds of earthquakes happening, basically, due to the injection of gas into the project. So, after a few months, the Spanish government had to cancel and stop the project. What happened? There were 1.4 billion euros of bonds emitted for that project. And here, of course, the financial problems came, because the project was stopped. And under the contract for the concession of the project, there was a clause saying that the Spanish government had to reimburse the promoter of the project. It's been denounced by many in Spain, NGOs, politicians. But, let's say, the catastrophic scenario took place. So, the Spanish state had to reimburse the company for a failed project worth 1.4 billion euros. What happened? The government passed an agreement saying, a decree saying that, basically, this will be reimbursed to the company, but not through the public budget, rather through the gas bills of Spanish citizens, through the national gas company. So, actually, the bondholders got the money back, which means that for 20 years, every year, every month, the Spanish citizens are paying for their gas bills for this failed project. So, really, here is to say that the private debt becomes a public one. It really confirms that those kind of financial mechanisms really transfer risk from the public, I mean, to the public sector, to taxpayers, consumers, and people in the countries receiving the infrastructure. And it also shows that there is a complete disconnection between, let's say, the physical project on the ground, the motorway, the gas storage, whatever you can imagine, and the financial architecture engineering around it. Because here, in this case, as a civil society organization, we challenge the commission and the EIB for having supported this project, which failed. What they say is that, actually, it's a success for them. It's a financial success, because despite the failure of a project, the money went back to the bondholders. The EU didn't lose the money into that process. So, financially speaking, the project worked. The financial structure worked. I will just conclude by saying that, actually, the European experience shows that some of the trends that Nancy was highlighting, you know, the trends pushed by the G20 at an international level, they are really transposed, transferred into Europe at the moment, being implemented. So, it's really important that, as NGOs, we keep on trying to understand those phenomenon, challenge them. And also, it would be very good to hear from some of our next speakers, also from the decision-makers' side and from the trade union, how they could also take up on these issues, because it's really an important challenge ahead of us. Thanks, everyone. Yeah. Thanks a lot, Xavier. A lot to discuss about this later on, I assume. Unser dritter Input über das deutsche Level kommt von Jana Mattert. Sie arbeitet bei der Organisation Gemeingut in BürgerInnenhand. Eine noch relativ neue und kleine NGO, 2011 gegründet. Fünf feste Mitarbeiterinnen auf zwei Vollzeitstellen, habe ich hier gelesen. Dazu ein Netzwerk von Ehrenamtlichen, die da mitarbeiten. Aber trotz dieser relativ kleinen Größe in der öffentlichen Debatte teilweise sehr präsent, vor allem bei diesem Thema der Autobahnprivatisierung in Deutschland und auch sonstiger PPP-Projekte. Und genau darüber wird Jana Mattert auch sprechen. Was steckt hinter den Plänen, die die Bundesregierung aktuell verfolgt für diese neue Infrastrukturgesellschaft, die Autobahnen, Fernstraßen und vielleicht auch andere Infrastruktur in Zukunft betreiben soll, die morgen vom Kabinett beschlossen werden soll? Es war ja in den Medien zu lesen, Privatisierung soll es dabei nicht geben. Aber mein Eindruck ist, dem kann man nicht so ganz trauen. Ist das so? Hallo. Ich werde zur nationalen Ebene einen Abriss geben. Und bevor ich zur Frage von Malte komme, möchte ich erst mal kurz vorstellen, worum es sich bei der Bundesfernstraßengesellschaft handelt. Weil vielleicht nicht alle genau wissen, was das für ein Konstrukt ist und was es damit auf sich hat. In der Bundesfernstraßengesellschaft sollen künftig die Autobahnen in Deutschland zentralisiert werden. Bislang ist es so, dass der Bund finanziert und die Länder sich für Erhalt, Betrieb, Ausbau und Neubau der Autobahnen einsetzen. Also sich darum kümmern. Das wird Auftragsverwaltung genannt und ist aktuell im Grundgesetz so verankert. Mit dem Wunsch, die Autobahnen zu zentralisieren, muss damit die Auftragsverwaltung aufgehoben werden und das Grundgesetz geändert werden. Das ist der Stand, an dem wir aktuell sind. Es muss ein Grundgesetzentwurf durch das Parlament und den Bundesrat. Und morgen wird erwartet, dass das Kabinett dafür einen Gesetzentwurf vorlegt. Die mediale Debatte konzentrierte sich zuletzt sehr stark auf die Frage, ob diese Infrastrukturgesellschaft, die die Bundesfernstraßengesellschaft ist, zu 100 Prozent im Bundeseigentum verbleibt oder nicht. Daran wurde die Frage geknüpft, ob es sich hierbei um eine Privatisierung der Autobahnen handelt oder nicht und wie groß entsprechend der Skandal ist. Die Debatte trifft nicht ganz den Kern des Problems. Dieser liegt vielmehr darin, dass es sich bei der Infrastrukturgesellschaft um eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft handeln wird. Dafür gab es bereits im Oktober innerhalb einer Ministerpräsidentinnenkonferenz die Zustimmung der Länder. Damals hat man sich ohne einen konkreten Gesetzentwurf bereits auf eine privatrechtlich organisierte Infrastrukturgesellschaft geeinigt. Durchgesetzt hat sich der Bund nicht mit einer stichhaltigen Argumentation für die Infrastrukturgesellschaft, sondern via Bund-Länder-Finanzausgleich, also einem Druckmittel, das erstmal in keinem Zusammenhang mit der Infrastrukturgesellschaft steht. Mit der Auslagerung ins Privatrecht wird die Infrastrukturgesellschaft aus dem Bereich parlamentarischer Kontrolle herausgenommen. Das heißt, es liegt in ihrem Ermessen dann, private Tochtergesellschaften zu gründen und neu Ausbau, Erhalt und Betrieb über ÖPPs zu realisieren. Das ist im Gesetzentwurf, der uns vorliegt und der auch vom Spiegel zitiert wurde, ausdrücklich vorgesehen. Dort heißt es sehr konkret, dass privates Kapital auf Projektebene Infrastrukturmaßnahmen fließen kann. In dieser Infrastrukturgesellschaft, das hatte ich gesagt, sollen Autobahnen zentralisiert, also gebündelt werden. Das heißt, wir sprechen hier über eine ganz andere Größenordnung als vorher. Es geht nicht mehr um einzelne Straßenbauprojekte als ÖPP, sondern um ÖPP flächendeckend. Über ÖPPs werden öffentliche Infrastrukturen zu Anlageobjekten, die über die langfristig stabile Einkommenssträume erzeugen sollen. Hier werden vor allem institutionelle Anleger wie Versicherungen in den Blick genommen. Das sind auch die maßgeblichen Akteure, wenn es um die Einrichtung der Bundesfernstraßengesellschaft geht. Die Finanzindustrie war mit Allianz und Deutsche Bank und Co. gut vertreten, als die Planung für die Bundesfernstraßengesellschaft gemacht wurde. Das war innerhalb einer Kommission, die vom Bundeswirtschaftsminister Gabriel beauftragt wurde, zu Infrastrukturinvestitionen in Deutschland Vorschläge zu machen und deren Ergebnisse seit Anfang 2015 vorliegen. Da die Kommission vom Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Marcel Fratscher, geleitet wurde, ist sie auch unter dem Namen Fratscher-Kommission bekannt. Nach Wunsch von Fratscher und der in der Kommission vertretenen Finanzindustrie sollen der Investitionsstau durch frisches privates Kapital aufgelöst werden. Das sind zwei Metaphern, die man immer wieder in der medialen Debatte antrifft. Der Investitionsstau auf der einen Seite suggeriert, dass es sich um so enorme Investitionen handelt, dass sie unmöglich über öffentliche Mittel gedeckt werden können und damit privates Kapital notwendig wird. Und frisches privates Kapital mit dieser Rede wird regelmäßig suggeriert, es handelt sich hierbei um zusätzliche Mittel, die den öffentlichen Haushalten zufließen. Aber ganz im Gegenteil, private Kapitalgeberinnen sind nicht gemeinwohl, sondern gewinnorientiert. Was an privaten Mitteln einfließt, muss mit einem Plus wieder zurückfließen. Ansonsten haben private Kapitalgeberinnen eher kein Interesse an öffentlichen Infrastrukturen. Dass den öffentlichen Haushalten ÖPPs teuer zu stehen kommen, wird regelmäßig durch die Rechnungshöfe moniert. Neben der Metapher vom frischen Kapital und dem Investitionsstau wird auch gern von Win-Win-Situationen gesprochen. Suggeriert wird hier, dass sich doch über ÖPP die Lage der öffentlichen Haushalte, also wenig Geld und viele Schulden, ganz wunderbar mit den Interessen der Finanzindustrie zusammenbringen lassen, die nach Anlageobjekten suchen. Eigentlich sprechen muss man von einer Umgehung der Schuldenbremse. Das war letztendlich auch der Auftrag der Fratscher Kommission. Im Berecht heißt es zwar nicht Umgehung, sondern Rahmenbedingungen der Schuldenbremse. Aber warum wird ein Instrument wie die Schuldenbremse eingeführt, um danach nach Wegen zu suchen, Selbiges zu umgehen und mit welchen Konsequenzen? Denn sprechen muss man eigentlich auch von einem Umverteilungsmechanismus auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte. Zu Gunsten derjenigen, die über Kapital verflügen, das sie anlegen können und zu Lasten derjenigen, die insbesondere auf öffentliche Daseinsvorsorge für ihre Teilhabe an der Gesellschaft angewiesen sind und die besonders von Nutzerfinanzierung betroffen sind. So wird es nun auch bei den Autobahnen kommen. Die PKW-Maut. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Bundesfernstraßengesellschaft. Die Mittel aus der bereits bestehenden LKW-Maut und der geplanten PKW-Maut sollen zweckgebunden in die Infrastrukturgesellschaft fließen. Als umweltbewegter Mensch könnte man nun sagen, die Maut kann als politisches Instrument genutzt werden, um den schädlichen Straßenverkehr sukzessive auf ökologische Verkehrsträger zu überführen. Nur in den Händen vom Privaten wird das sicherlich nicht passieren. Die sind nämlich daran interessiert, dass möglichst viele Autofahrerinnen möglichst viel an Mautgebühren bezahlen. Für eine Verkehrswende wäre zudem eine verkehrsträgerübergreifende Planung notwendig gewesen. Genau das passiert bei der Bundesfernstraßengesellschaft nicht. Im Gegenteil. Autobahnen erhalten zukünftig unter Umgehung der Schuldenbremse Mittel, während diese für die anderen Verkehrsträger weiter gilt. Darauf macht auch Robin Wood aufmerksam. Die Bundesfernstraßengesellschaft ist somit ein reines Finanzierungsinstrument und kein verkehrspolitisches Projekt. Mit der Bundesfernstraßengesellschaft werden auch keine Verwaltungsprozesse optimiert. Im Gegenteil. Es wird eine bestehende Verwaltung zerschlagen. Direkt betroffen sind davon ca. 18.000 Arbeitsplätze. Wie eine Bewirtschaftung der Autobahnen herausgelöst aus dem Gesamtnetz der Straßen gut funktionieren soll, dabei sind noch große Fragezeichen. Damit möchte ich kurz zusammenfassen. Wir lehnen eine Bundesfernstraßengesellschaft ab, weil sie über ÖPP Anlagemöglichkeiten für institutionelle Anleger schaffen soll, weil sie demokratische Legitimationsketten durchbricht, weil sie zu einer finanziellen Belastung der öffentlichen Haushalte wird und weil sie soziale und ökologische Konsequenzen zeitigt, gegen die wir uns wenden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Jana Mattert. Damit würden wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Ich würde dazu neben den drei oder zwei Referentinnen und dem Referenten auch die zwei weitere Gäste noch aufs Podium bitten. Nämlich zum einen Sven-Christian Kindler und zum anderen Uwe Wützel. Herzlich willkommen, die die Debatte aus ihrer Sicht, auch aus der praktischen Sicht teilweise mit bereichern werden als Akteure. Und ich würde in die Diskussion auch einsteigen mit ihrer Sicht auf die Fragen, die eben jetzt von den drei Referenten angesprochen worden sind. Sven-Christian Kindler ist Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen seit 2009 im Deutschen Bundestag, sitzt dort im Haushaltsausschuss, der unter anderem auch für Bewilligung von PPP-Projekten, glaube ich, mit zuständig ist oder für die Überprüfung von dem Ganzen. Von Ihnen würde mich interessieren, wie Sie als Oppositionspolitiker die Autobahnpläne der Regierung beurteilen. Was droht da? Was heißt das auch für die Kontrollfunktion, die das Parlament ausüben kann? Und wie realistisch ist es denn, dass das kommt oder dass es noch aufgehalten werden kann? Schließlich braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Da langen ja schon ein paar Gegenstimmen aus der Regierungskoalition. Ja, erstmal vielen Dank für die Inputs und für die spannende Debatte heute, die organisiert wurde. Ich komme leider etwas später, weil wir noch der Bundestagsfraktion mit Frank-Walter Steinmeier, Mikro, mit Frank-Walter Steinmeier geredet haben, der sich als Kandidat für den Bundespräsidenten vorgestellt hat. Deswegen bin ich leider etwas später gekommen, habe aber dann den zweiten Input zum Glück noch gehört. Ich glaube, grundsätzlich muss man natürlich auch nochmal sagen, auch wenn man heute über Investitionen redet, in Deutschland wie in Europa haben wir ein großes Investitionsdefizit. Das heißt, es gibt einen großen Bedarf an öffentlichen Investitionen in wichtige Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, kommunale Infrastruktur. Aber wir haben auch im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsräumen zu wenig private Investitionen. Deswegen ist das, glaube ich, ein großes Thema, das man nicht verneinen sollte, sondern die Frage ist ja, erstens, sind diese Investitionen nachhaltig? Also erfüllen sie, dann dienen sie auch sozialen und ökologischen Zielen. Das finde ich eine ganz wichtige Zielbestimmung. Und zweitens sind sie nachher gerecht und nachhaltig auch finanziert. Und deswegen reden wir über die verschiedenen Formen von Privatisierung über öffentlich-private Partnerschaften. Ich habe mich sehr intensiv mit der Bundesfernstraßen- oder der Bundesautobahngesellschaft und Infrastrukturgesellschaft für Verkehr beschäftigt. Dafür gibt es viele Namen. Jetzt heißt sie Verkehrsinfrastrukturgesellschaft, weil ich auch direkt nicht nur Sprecher bin für Haushaltspolitik unserer Fraktion, sondern auch Berichterstatter für das Verkehrsministerium und dort mit den Staatssekretären und Ministern häufig schon darüber diskutiert habe. Und das Thema ist ja nicht ganz neu. Das wurde ja auch angesprochen von Jana Matas. Das ist eine Idee, die gibt es schon zum Beispiel in Österreich mit der Asfinac. Es gibt ein Privatisierungsmodell in Frankreich und das gibt es in mehreren europäischen Staaten. Und die Fratscher-Kommission hat das auch aufgegriffen, aber auch in den Ministerien gibt es dafür Ideen. Und ich finde, man muss erstens konstatieren, wir haben natürlich auch Strukturprobleme im Bereich des Verkehrs. Also wir haben einerseits der Bund bezahlt, die Länder bestellen, der Bundesverkehrswegeplan ist eine Ansammlung von neuen Straßenprojekten. Das wird jetzt aber durch eine Bundesfernstraßengesellschaft in dieser Form, wie sie gegründet wird, nicht gelöst werden. Ich will ganz kurz auf die Probleme eingehen und sie nur anreißen, wir werden bestimmt noch dazu kommen. Es ist richtig, ÖPP-Projekte sind im Durchschnitt, sagt der Bundesrechnungshof, wenn man sich die Analysen anguckt, im Durchschnitt ca. 20% teurer als konventionelle Realisierung. Das liegt alleine daran, dass wir enormen Zinsvorteil beim Bund haben, weil wir uns fast einen Nulltarif verschulden können und finanzieren können und private das nicht machen können. Deswegen habe ich auch die große Befürchtung, dass es nicht nur einzelne ÖPP-Projekte geben wird, sondern große Netz-ÖPPs, die dann realisiert werden sollen. Das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen bisher in den Unterlagen, die uns vorliegen. Und das, glaube ich, wird eher durch die Hintertür. Dann ist die Gefahr, dass das eingeführt wird, dass nach ein paar Jahren die Gesellschaft besteht. Die zweite Privatisierungsgefahr besteht bei der Verschuldungsmöglichkeit. Diese Gesellschaft soll sich am Kapitalmarkt verschulden können. Jedenfalls ist das bisher so geplant gewesen. Ob das genau so sein wird, müssen wir dann morgen auch im Kabinettsbeschluss oder im Richtungsgesetz anschauen. Wenn die keine Staatsgarantie bekommt, wie sie in Österreich zum Beispiel hat, dann wird die sich nicht zu 0,2% am Kapitalmarktgeld bedienen, sondern vielleicht mit komplizierten Finanzprodukten, wo man irgendwelche Risikofaktoren erfindet, um dann nachher 3-4% zu zahlen. Das soll eben in der Niedrigzinsphase Banken und Versicherungen dann Renditen sichern, aber eben zu Lasten von jemandem, der es bezahlen muss, weil die machen das nicht umsonst, die sind nicht gemeinnützig, sondern die wollen dafür Geld ziehen. Entweder zahlen das nachher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler oder eben Autofahrerinnen und Autofahrer über eine Maut. Dritter Punkt, Schuldenbremse wird auf jeden Fall umgangen. Alleine dadurch, dass es eine GmbH, wenn es eine GmbH wird, wird die Schuldenbremse umgangen. Das ist jetzt schon der Fall, weil es nicht mehr im öffentlichen Sektor zugerechnet wird. Das ist die Rechtslage. Ob die Maastricht-Kriterien, die europäischen Kriterien für die Verschuldung umgangen werden können, ist noch nicht klar. Dafür muss die Gesellschaft im privaten Sektor zugeschlagen werden. Dafür muss sie besonders politik- und staatsfern sein. Das könnte man dadurch erreichen, dass man besonders wenig parlamentarische Kontrolle, politischen Einfluss zum Beispiel hat. Aber wenn es eine Verknüpfung zum Bundesverkehrswegeplan zum Beispiel gibt, kann es sein, dass das nicht ausreicht. Aber eigentlich ist es das Ziel eben an der Schuldenbremse im Maastricht vorbei, Finanzierung zu organisieren. Vierter Punkt ganz kurz. Deswegen wäre natürlich eine Anstatt öffentlichen Rechts oder eine direkte Bundesverwaltung viel besser für uns als Parlament zu kontrollieren, weil eine GmbH ich alleine nachher als Grüner zum Beispiel im Bundestag kontrollieren werde. Wir haben eine Person im sogenannten Bundesbeteiligungsgremium. Das ist das Gremium, das die Beteiligung des Bundes kontrolliert. Post, Telekom, Deutsche Bahn etc. Aktiengesellschaften, alles. Aber bei GmbH haben wir auch das Privatrecht. Auch da ist es schwierig nachher, weil der Verweis auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse kommt, dort wirklich zu kontrollieren. Ich bin der Geheimatung verpflichtet. Ich kann nicht erzählen, was im Gremium passiert, sonst mache ich mich strafbar. So ist ein großes Problem für die parlamentarische Kontrolle, wenn man das hat. Und letzter Punkt, den ich ansprechen will, auch aus ökologischer Sicht, ist, braucht man eben nicht mehr Geld für die Straßen. Also wir haben in anderen Bereichen für Schulen, für Energienetze, auch für Breitbandausbau. Da brauchen wir deutlich mehr Investitionen öffentlich wie privat. Am besten getrennt und nicht in der komischen Mischfinanzierung über ÖPP. Aber bei Straßen brauchen wir das eigentlich nicht. Wir haben jetzt im Haushalt genug Geld, um alle Straßen, die wir haben, alle Brücken, die gerade zerfallen und zerbröseln, zu erhalten und auch nachträglich noch zu sanieren. Das, was wir an Investitionsstau haben. Wir rechnen damit, dass die LKW-Maut-Einnahmen, wenn die zweckgebunden, zum Beispiel nur in die Bundesstraßen und Bundesautobahnen gehen würden, 2019 mal 6,6 Milliarden Euro stehen werden. Das Bundesverkehrsministerium rechnet in seiner Erhaltungsbedarfsprognose mit ca. 4,5 Milliarden Euro, die wir brauchen, um alles zu erhalten und zu sanieren. Das heißt, wir haben jetzt schon 2 Milliarden mehr allein über die LKW-Maut, die wir brauchen. Wenn wir dann noch dazusehen würden, dass die Gesellschaft vielleicht eine mögliche Pkw-Maut bekommt von 3 bis 4 Milliarden Euro plus Kredite, die teuer erkaufen werden am Kapitalmarkt, dann reden wir über 10, 12, 15 Milliarden Euro. Die Asfinac in Österreich hat mit dem riesigen Geld, das sie hat aus LKW-Maut, Pkw-Maut und privaten Kreditaufnahme, haben die zwei Dritte Neubau gemacht und ein Dritte Erhalt. Da kann man sich vorstellen, wenn man den Bundesverkehrsweg geplant anguckt, welche neuen Autobahnen und neuen Ortsumgehungen da drinstehen, dass das eine riesige und unkontrollierbare Straßenbaumaschine wird. Deswegen muss man eben diese Entwicklung, dass diese Gesellschaft sich so entwickelt, jetzt im parlamentarischen Verfahren eben noch verhindern. Ja, vielen Dank. Ebenfalls begrüßen möchte ich Uwe Wötzel. Er ist Jurist und seit vielen Jahren Gewerkschaftssekretär bei Verdi und glaube ich auch noch bei den Vorläufergewerkschaften von Verdi, vorher schon gewesen, und ist daneben noch Mitgründer des Cora-Netzwerks für Unternehmensverantwortung und verfolgt eben für Verdi auch die Debatte um die Infrastruktur und die Privatisierung. Und da haben die Gewerkschaften ja teilweise daran mitgearbeitet. In der Fratscher-Kommission waren sie vertreten, haben dann aber glaube ich da das Endergebnis, was ja auch teilweise PPPs empfohlen hat, nicht voll mitgetragen und dann Minderheitenvotum abgegeben. Geben Sie uns doch mal kurz die Position der Gewerkschaften zu dieser Frage wieder. Wie sollte der Investitionsstau, wenn es denn einen gibt, aufgelöst werden? Ja, Investitionen sind sicherlich notwendig, um die Infrastruktur zu erhalten und um Lücken zu schließen. Da sind wir uns im Großen und Ganzen sicher einer Meinung. Aber die spannende Frage ist natürlich, wie solche Investitionen zu finanzieren sind und in wessen Hand die Infrastruktur kommt. Und ich glaube, da sind wir uns hier wirklich alle einig. Wir wollen keine Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur. Wir lehnen es auch als Gewerkschaft ab, dass die Straßen in eine privatrechtliche Gesellschaft überführt werden. Sven Kindler hat ja hier vorgerechnet, dass im Prinzip diese Vorhaben, die im Gespräch sind, völlig überflüssig, völlig unnötig sind. Und dass es völlig ausreichend ist, mit den Mautgebühren und mit Steuermitteln Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass es auch in irgendwelchen Bereichen Teilprivatisierungen gibt. Mit ÖPP-Projekten haben wir als Gewerkschaft auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sehen insbesondere die Gefahr, dass Teilprivatisierungen dazu führen, dass sich die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in diesen Sektoren verschlechtern. Auch wenn sich die Arbeitsbedingungen im Bereich der öffentlichen Straßenverwaltung in den letzten Jahrzehnten nicht so gut entwickelt haben, glauben wir trotzdem, dass wir unter dem Dach des öffentlichen Tarifrechts hier bessere Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wenn wir heute feststellen, dass es so scheint, dass es Finanzierungsengpässe in der öffentlichen Infrastruktur gibt und die sind ja in der Vergangenheit auch Thema gewesen im Zusammenhang mit dem Länderfinanzausgleich oder auch mit der Frage, wie die Kommunen ihre Infrastrukturmaßnahmen auf der kommunalen Ebene finanzieren, dann stellt sich zunächst die Frage, wie konnte überhaupt sozusagen dieser Finanzierungsengpass entstehen. Und dann sind wir bei der Frage der Asymmetrie der Verteilung von Einkommen und Vermögen und der Frage, wie denn Einkommen und Vermögen gerecht in diesem Land besteuert werden. Und wir wissen sehr genau, dass sozusagen in der Fiskalpolitik eine Trendwende notwendig ist, die es möglich macht, die Aufgaben der öffentlichen Hand, die Sicherstellung der Infrastruktur gut zu finanzieren. Und gegenwärtig sehe ich da insbesondere ein Hauptproblem. In Luxemburg findet gegenwärtig der Berufungsprozess von Antoine Deltour statt. Das ist der Whistleblower, der die Luxemburg-Leaks öffentlich gemacht hat und der deutlich gemacht hat, welche Rolle hier die Regierung in Luxemburg, insbesondere auch Juncker, gespielt hat, um hier Unternehmen wirklich Steuerprivilegien einzuräumen. Und wenn wir heute von finanziellen Engpässen oder einer Unterfinanzierung der öffentlichen Hand sprechen, dann müssen wir in erster Linie darüber sprechen, wie wir sozusagen die Steueraufkommen entsprechend gestalten können, um eben auch mit öffentlichen Mitteln die entsprechenden Aufgaben der Infrastruktur finanzieren zu können. Und das ist ja schon ein merkwürdiges Bild, dass gerade hier Juncker, der mit dem Namen Juncker-Plan auch auf der Ebene der Europäischen Union hier für große Projekte der Infrastrukturfinanzierung für PPP wirbt, ja eigentlich der Baumeister, der Architekt dieser Steuerschlupflöcher in Luxemburg ist und mit dieser Praxis eigentlich erheblich dazu beigetragen hat, dass in verschiedenen Teilen Europas die öffentliche Hand klamm ist und eben das Geld zum Teil nicht in dem Maße zur Verfügung steht, wie hier eine Modernisierung von Infrastruktur stattfinden muss. Und diese Prozesse der Steuergestaltung haben wir als Gewerkschaften immer wieder kritisiert und wir haben auch versucht in der Fratschakommission dazu unsere Position klar darzulegen. Es hat innerhalb der Fratschakommission ein deutliches Minderheitenvotum gegeben, das die Position der Gewerkschaften sichtbar macht und auch hier sind sich die Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland einig, dass wir grundsätzlich die Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur ablehnen und für die steuerfinanzierte Ausgestaltung sind. Nun haben die Gewerkschaften ja ein gewisser Einfluss auf die Sozialdemokratie in Deutschland nachgesagt, bei anderen Themen kann man das immer mal wieder erleben. Wieso ist es denn in diesem Themenbereich nicht gelungen, die SPD davon zu überzeugen? Warum macht die diese Infrastrukturgesellschaftsgründung, die ja Privatisierung ermöglicht, mit aus ihrer Sicht? Was sagen ihre Genossen? Das müssen Sie, Sigmar Gabriel, das müssen Sie die SPD fragen. Das kann ich nicht beantworten. Ich bin hier nicht als Vertreter der Sozialdemokratie. Wir haben hier als Gewerkschaften in vielen Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik sehr weitergehende Vorstellungen als das, was die SPD in der Großen Koalition akzeptiert. Okay, danke schön. Ja, wir haben hier heute auf dem Podium ja keine Befürworter oder Vertreter, die PPP fordern und für eine gute Idee halten. Aber in der öffentlichen Debatte stoßen wir immer wieder auf diese Diskussion, auf diese Argumente und deswegen würde ich doch von denen, die sich damit auskennen und diese Diskussion oft führen, nochmal ein klein bisschen hören, was sie denn auf deren wichtigste Argumente immer so antworten. Denn es wird ja immer argumentiert, dass es in vielen Ländern, gerade wo es kein funktionierendes Steuersystem und so weiter gibt und es gar nicht so einfach ist, einfach zu sagen, wir besteuern jetzt die Unternehmen mal vernünftig, dass es doch besser ist. Man macht mit Privatmitteln notwendige Investitionen, die den Menschen dort zugutekommen, als dass es gar keine Investitionen gibt. Nancy, was sagen Sie solchen Befürwortern? Ist es nicht besser, man investiert mit privaten Mitteln, als man investiert gar nicht? Well, advocates of PPPs... Well, there is a very real problem that PPPs are trying to address. And it's necessary to understand what that problem is quite well. And that is that the government pays a lot more for PPPs than it does for public works, but it pays it in the future. It pays it in the future. So in the short term, when the government has a real need for money, PPPs, firms step in and they fill that gap, even though their children and their children's children will be paying more. And so I am very interested in working with progressive economists who can help change the accounting system. So that instead of taking on, right now, when a PPP is set up, the government assumes what's called a contingent liability. A liability that is off the budget. The IMF, the International Monetary Fund, will tell you that this is the overriding reason that any government enters a PPP. Is that the liability is hidden. It's secret. Its accounting is done so that you don't see the money. And so I'm really interested in progressive economists that can help show those of us that want alternatives, that it makes no sense to give our children and grandchildren a bigger debt, which is what happened in Korea. Korea did something called a minimum revenue guarantee, where they guaranteed a company a certain offtake. And that ballooned. It became so large that they say their children are paying for it. I could give examples. I ran an NGO for many years that found these examples in country after country after country. So there are lots of them and it's a tragic story to what is essentially an accounting and budgetary problem. Still not? Now it works. And from your experience, you mentioned before that you couldn't give all the numbers. Can you give us some numbers now in the discussion, how much more expensive they are in the long run? What's the size? Is it 20% more? Is it twice the money? How big is the range of extra payment that the future generations have to pay? Well, Saviour used a number of 20%. Is that correct? Is that correct? You used the number, or someone used the number that PPPs were? Spent for Germany, yeah. Thank you. 20% more expensive. But it's a case-by-case thing. If you look at Portugal, a couple of roads, as I understand it, used up half the transportation budget of the country of Portugal. That's insane. If you look at Lesotho, a small country in South Africa, they built a hospital where the hospital took up the entire health budget of the country. They're looking at profitability, and I think Saviour gave a fabulous example of a project that was profitable that didn't even ever operate. So you want numbers, and the best source of numbers is really on the website of the Oxford Said School of Business. They have the largest database in the world. And for megaprojects, they say the cost overruns usually are in the 20% to 40% range, and that 9 out of 10 cases, they're over budget by this amount. And they generally, as a rule, have a shortfall in benefits. Okay. Thanks. Jana Mattert. Eine Frage, das andere Argument ist ja hier schon angesprochen worden, aber ich würde dazu gerne noch ein bisschen mehr hören, weil das ja auch in jeder Diskussion zu dem Thema kommt, dass ja immer argumentiert wird, die Lebensversicherungen und andere Geldanlageformen kriegen im Moment kein Geld mehr für ihre Anlagen. Die ganzen Rentenversicherungen der Leute sind bedroht für die Zukunft. Die Rechnungen gehen nicht mehr auf und gleichzeitig gibt es eben diesen Finanzbedarf für die Infrastruktur, wo man dann die Frage stellen kann, ist es denn nicht besser? Mit diesem Geld werden irgendwie Straßen, Schulen, Schienen. Man könnte auch was anderes bauen als Straßen. Das Geld wird in sinnvolle Dinge investiert, als dass damit nur Hedgefonds unterstützt und wild rum spekuliert wird. Ist das nicht noch das kleinere Übel, die Anlageform dort zu suchen? Was antworten Sie darauf? Darauf antworte ich, dass wenn die Versicherungskonzerne ein Problem haben, dann muss man die Ursachen dieses Problems angehen und sollte nicht die Infrastrukturen dafür nutzen, Probleme der Versicherungen und der Versicherungskonzerne zu lösen, weil das im Endeffekt auch Konsequenzen für die Form unserer Infrastrukturen hat. Und das hatte ich ja angesprochen, die sind sowohl ökologischer als auch sozialer Art. Deshalb würde ich darauf antworten, dass man die Ursachen des Problems angehen sollte und eventuell nochmal darüber nachdenken sollte. Es gibt ja eine Rentendebatte, ob private Rentenversicherungen das sinnvolle Mittel sind oder ob man nicht zur umlagefinanzierten Rentenversicherungen zurückkehren sollte. Dankeschön. Xavier, one more question for you as well. In Germany we have experienced that privatisation and PPPs meet increasing amount of resistance. There are groups like Gemeingut who are fighting against it. There is a critical debate about it in the media. I would be interested to hear what's the situation in other countries. Is there a big debate about it or are privatisations and PPP projects there a lot easier? I just read about this example from Spain where they did the privatised highways, which they have to buy back now for a lot of money because they went bankrupt right away. So do these countries, some of them have other problems and don't discuss it that much? Are we in a luxurious situation in Germany or is the resistance strong in other countries as well? It's not an easy question to respond to, but I would say that for example in France there is a big debate about the same issue with the motorways. The problem is that here, for example, four years ago, the French Senate, so the second parliamentary chamber, came up with a very critical report on PPPs. It was ruled by the Conservatives at the time. But two years after, it looks like it was completely forgotten, you know? And I really think that on those matters in terms of the private-public partnerships, there is really short-termism which is disastrous. There are plenty of examples from all around Europe. There are a few mentions of Portugal, Spain, I think UK, we can add to this. Our colleagues from Bankwatch made a website with a lot of examples from Central and Eastern Europe of failed PPP projects. And basically there are some vested interests, you know, promoters pushing really hard for those. They are really close also to the government, for example in France. And you see that despite, let's say, the proven problems around those schemes, they are still promoted. But at the moment I would say that the resistance in France is not very structured on those issues. Where there is more resistance is more on concrete projects on the ground. You certainly have heard about this project in the west of France, this airport, Notre-Dame-des-Landes. This is where there is real mobilization around the financial instruments, not so much. But just to say, to come back a bit to your question about how would you counter-argument the proponents of PPP. I would say that, yeah, just learning lessons from what already happened is important. I think there are no magic bullets for making the perfect PPP at the moment. And I think the German example shows that, you know, it's problematic. And I would really say that we need to focus on the quality of the investment. And here I come back to, I mean, there is the issue of sustainability, of course, but there is also the issue of transparency. And in France, or even more, I think that in Germany, about these motorways PPPs, the negotiations were taking place behind completely closed doors. It was just some investigative journalists that managed to get access to some information. Without that happening, there would have been no information in the public domain about that. So really to say, quality of the investment is key, the transparency around who will benefit for real, and also ensuring that there is public participation around the concrete projects on the ground. These are very important things to be flagged to the proponents of PPPs. Thanks. Sven Kindler, Sie haben erwähnt, dass die Zahlen 20 Prozent höher sind. Wir haben eben gehört, man soll sich einfach die Fakten angucken, dann haben diese Projekte eigentlich keine Chance mehr, sollte man denken. Aber Sie haben ja offensichtlich trotzdem noch eine Chance. Können Sie uns erklären, warum die Politik, obwohl es teurer ist und obwohl es schlechter funktioniert, an diesem System festhält? Ist der Einfluss der Finanzindustrie da so stark, sind die alle gekauft? Was ist da los, dass man sehenden Auges schlechte Entscheidungen trifft? Also ich glaube, dass ein wichtiger Punkt im Kontext mit der Schuldenbremse zu sehen ist. Also dass wir sehen, dass kreditfinanzierte Investitionen nicht mehr möglich sind für zum Beispiel Infrastrukturprojekte, auch für andere Bereiche, sollte man das konsequent aus den Einnahmen finanzieren. So ist die Regelung der Schuldenbremse. Die goldene Regel hat das davor erlaubt, dass man auch Investitionen insgesamt nachher finanziert, eben aus Krediten. Das Problem ist, dass die goldene Regel häufig gebrochen wurde, als man immer wieder ein wirtschaftliches Gleichgewicht konstatiert hat, dass aus seinem Rahmen gefallen ist. Und damit die Schuldenbremse, die es vorher im Grundgesetz gab, vor 2000, dann gab es auch eine Schuldenregel, hat man nicht eingehalten. Und was man auch gesehen hat, ich weiß auch gar nicht, ob wir mehr Investitionen öffentlich finanziert hätten, wenn wir die Schuldenbremse nicht hätten. Weil wir haben vorher gesehen, dass es massive Steuersenkungen immer gab auf Pump und nicht unbedingt Investitionen auf Pump oder auch Sozialleistungen auf Pump und nicht Sozialleistungen, wie es eigentlich zum Beispiel aus Einnahmen finanziert werden soll. Also deswegen glaube ich, die Diskussion mit der Schuldenbremse muss man auch sehr differenziert führen. Wir haben eben eine Steuersenkung, das ist auch eine Steuersenkungsbremse nachher gewesen. In den letzten Jahren hatten wir der Faktor keine Steuersenkungen mehr. Es gab vorher immer sehr große Steuersenkungen, angefangen bei den verheerenden rot-grünen Steuersenkungen, die massiv die kommunale und insgesamt die öffentliche Infraschule geschwächt haben, weil sie die Finanzkraft verringert haben. Das sehen wir heute noch, dass es massiv war. Aber auch unter Rot-Schwarz, unter Schwarz-Gelb gab es noch Steuersenkungen. Nur unter Schwarz-Gelb waren die deutlich geringer, weil inzwischen dann die Schuldenbremse gegriffen hat die Länder im Bundesrat gesagt, da machen wir nicht mehr mit. Also von daher glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, wenn man die Möglichkeiten hat, auch zu gucken, wie man öffentlichen Haushalt eben auch umschichtet hin zu Zukunftsinvestitionen und sich Investitionen eben nicht nur anhand von Zahlen fixiert bei einer festen Investitionsquote. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man das, was man hat, erstmal erhält, dass man keinen Wertverlust weiterhin hat, die man momentan hat, aber dass man darüber hinaus auch guckt, welche Investitionen brauche ich zum Beispiel, welche sind nachhaltig wirklich sinnvoll und Investitionsbegriff eben auch erweitert. Also Bildungsinvestitionen sind keine klassischen Betoninvestitionen, aber sind eben trotzdem wichtig für die Zukunft, viel wichtiger als zum Beispiel neue Straßen. Ich glaube, da muss man auch diese Debatte nochmal differenziert führen. Der Einfluss der Finanzindustrie ist natürlich aber auch groß auf Politik. Also man muss sich ja schon angucken, dass Minister Gabriel eben eine Kommission errichtet hat, die sogenannte Fratscher-Kommission, wo eben Vertreter von großen Versicherungen, von großen Banken eben mit am Tisch saßen und natürlich dann auch ihre Interessen vorgebracht haben. Das ist erstmal auch verständlich, dass sie das machen. Die Frage ist, ob man das eben insgesamt so strukturieren muss und ob das irgendwie nachher gewinnbringend ist, weil da würde ich das Argument von Jana Mattert auch teilen. Denn die Probleme, die wir haben bei den Banken mit zu wenig Eigenkapital und dass sie sich in der Finanzkrise auch dann immer noch total verzockt haben und in hohe Risikobereiche gegangen sind und letztendlich keine nachhaltigen Geschäftsmodelle haben. Oder auch die Lebensversicherungen, die nachher sehr hohe Renditen machen wollen, jetzt in der Niedrigzinsphase ein Problem kriegen und deswegen versuchen wir ihren Kunden nachher auch, deren Prämien zu kürzen. Das ist nicht das Problem, dass man irgendwie mit der Autobahn lösen kann oder so. Das ist glaube ich auch irgendwie zu kurz gesprungen. Trotzdem wird das jetzt versucht und nachher ist es eigentlich ein Geschäft, das eben zu Lasten eben nachher von Bürgerinnen und Bürgern geht, weil irgendwer muss nachher die Renditen von Banken und Versicherungen bezahlen. Das ist kein Nullsummengeschäft, sondern das ist nachher, die wollen eben dicke Renditen sehen und da finde ich die Frage zu stellen, warum soll man denen das geben? Und das glaube ich, du musst dann die Banken und Finanzprobleme und Versicherungsprobleme anders lösen. Okay, dazu vielleicht auch noch einmal genau zu dieser Frage, Herr Wötze, denn diese Problembeschreibung, dass es ein Problem ist, dieses Kapital, was Anlagemöglichkeiten sucht, sinnvoll einzusetzen, das haben ja glaube ich die Gewerkschaften auch mitgetragen, so wie ich damals die Vertreter in der Fratscher-Kommission erlebt habe. Was ist denn Ihre Lösung für die Frage, wie dieses Geld sinnvoll eingesetzt werden kann und gleichzeitig dann eben zur Verfügung steht? Geht das tatsächlich nur über höhere Steuern, dann wäre das Kapital ja auch zum Teil sinnvoll verwendet? Also ich teile die Auffassung, dass es nicht Aufgabe der Fratscher-Kommission gewesen ist, die Renditeerwartungen der Versicherungen abzusichern. Also es gibt für die Versicherung eine große Anzahl von Möglichkeiten, die notwendige Rendite für ihre Leistungen zu erwirtschaften. Das kann sie über Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Immobiliengeschäfte abwickeln. Die Frage, die Beteiligung an Kosten oder Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur ist in dem Portfolio der Versicherungen nur ein ganz, ganz kleiner Baustein. Und es ist eine Frage der Kreativität der Anlageberater, der Versicherungen Lösungen zu finden, die hier dieses Problem lösen. Also da ist wirklich die öffentliche Infrastruktur völlig die falsche Adresse. Dafür brauchen wir die Fratscher-Kommission und auch alle Ideensuchprojekte überhaupt nicht. Wenn es dann notwendig ist, dass die öffentliche Hand Kredite aufnehmen muss, und das macht sie ja zeitweise, das ist ja auch in Zukunft nicht auszuschließen. Wir wissen ja heute nicht, wie der konjunkturelle Verlauf in fünf Jahren ist. Da kann es durchaus notwendig sein, eben zur Ankurbelung der Konjunktur auch wieder Kredite aufzunehmen. Dann muss man zunächst sehen, welchen Spielraum bietet die Verfassung, wie kann da die Schuldenbremse interpretiert werden. Meiner Meinung nach werden die Spielräume, die da tatsächlich vorhanden sind, überhaupt nicht ausgeschöpft. Nach der Schuldenbremse haben wir das Gerede um die schwarze Null bekommen. Das ist ebenso wirklich verheerend, weil makroökonomische Bedürfnisse völlig ausgeblendet werden und wir eben auch für Krisenzeiten gewappnet sein müssen. Der Staat muss in der Lage sein, notwendige Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruktur, aber auch zur Ankurbelung der Wirtschaft eben in Krisenzeiten leisten zu können. Und das geht eben nicht mit der schwarzen Null, das geht auch nicht mit der Schuldenbremse, sondern dazu braucht man andere Rahmensetzungen der Fiskal- und Haushaltspolitik. Okay, Dankeschön. Und jetzt würde ich sagen, haben wir hier oben erstmal genug geredet und ich würde mal hören, was denn Ihre Fragen oder Anmerkungen zu den bisher Gesagten sind. Es gibt, glaube ich, Mikrofone, die dann rumkommen werden. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Vielleicht ruhig kurz sagen, immer an wen sich das richtet und wenn Sie wollen auch, wer Sie sind. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Philipp Seewing. Ich arbeite im Weltbankreferat des BMZ und wollte mal so ein bisschen fragen, also das Paradigma, das Sie beschreiben, das existiert ja. Ich erlebe das auch jeden Tag. Nun wurde in den Statements hier so ein bisschen schwarz-weiß gemalt, PPP entweder gut oder schlecht. Da wollte ich nochmal so ein bisschen fragen, ob es nicht auf dieser Bandbreite von öffentlichen Investitionen bis zu privaten Investitionen auch Graubereiche gibt, wo wir eventuell PPPs förderlich finden, um sozusagen innerhalb dieses Paradigmas, das uns jetzt gegeben ist, nicht nur zu sagen, ist per se alles schlecht, sondern vielleicht bei einem klassischen öffentlichen Gut Bundesfernstraße leuchtet es schnell ein, dass es wenig Sinn macht. Aber im Krankenhaus kann man ja vielleicht schon wieder eine Debatte eröffnen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn wir uns in institutionellen Kontexten bewegen, die eben nicht diese Reife haben, die wir beispielsweise in Deutschland oder in OECD-Ländern finden, wo wir Staatlichkeit in dem Sinn nicht vorfinden, die sozusagen das öffentliche Gut öffentlich dann auch bereitstellen können, ob da vielleicht auch in manchen Bereichen klassischer öffentlicher Gut, Güter, Mischfinanzierung Ihrer Meinung nach Lösung anbieten könnten. Ja, vielen Dank. Ich sehe gerade keine weitere, deswegen, ach doch, dann nehmen wir noch eine zweite Frage dazu vielleicht. Danke. Hallo, ich bin Bianca Dienfeld, ich bin Consultant der KfW Entwicklungsbank, großen Teils im Bereich PPP, aber auch Finanzsystementwicklung. Ich fand, es war schon ziemlich komplex hier dargestellt, aber ich finde, es fehlt wirklich noch eine andere Seite. Es fehlt die Seite von Staatsversagen. Wir vergleichen hier schlechte PPP-Projekte mit was eigentlich? Ich denke, um das zu beurteilen, muss man auch gucken, was der Staat nicht geregelt kriegt. Ich sage nicht, dass der BER in Berlin als PPP-Projekt irgendwie schon betriebsbereit wäre, aber da braucht man dann vielleicht auch mehr Differenzierung. Reden wir über Megaprojekte? Also wollen wir über Größe von Projekten reden? Und da geht es dann gar nicht so sehr darum, ist es öffentlich oder privat finanziert? Also auf der Ebene müsste man unterscheiden. Und dann auch, was heißt eigentlich Privatisierung? Das haben Sie eben schon ein Stück weit angesprochen. Also jetzt am Beispiel der Fernstraßengesellschaft. Reden wir über Eigentumsrechte, die übertragen werden? Und an was eigentlich? Also an der Gesellschaft oder an konkreten Straßen? Oder reden wir über Konzessionen, wo temporäre Finanzdienstleistungen von Privaten erbracht werden und der Staat Eigentümer bleibt? Und das ist alles so ein bisschen unsexy, das auseinanderzuklabüsern. Aber ich finde, das ist eigentlich notwendig, um das zu beurteilen und auch um dabei locker zu bleiben. Mag sein, dass das politisch nicht klug ist, wenn man immer das hängt davon ab sagt. Aber also inhaltlich fände ich, dass es davon abhängt, ob ein PPP-Projekt gut oder schlecht ist, von all diesen verschiedenen Faktoren. Okay, vielen Dank. Ich denke, das gibt uns einiges zum Diskutieren hier oben. Und die Fragen richten sich, glaube ich, auch erstmal weitgehend an alle. Würde ich denken, so dass ich diese, es geht ja auch in die gleiche Richtung, die Frage, ist es alles schwarz und weiß oder gibt es bessere und schlechte PPPs? Und wäre die Aufgabe nicht vielleicht auch dafür zu sorgen, dass es mehr gute und weniger schlechte gibt, statt dass es gar keine gibt? Und andererseits eben, das hängt ja damit zusammen, ist in Fällen von Staatsversagen nicht vielleicht ein gutes PPP besser als gar nicht? Das haben wir ja vorhin schon angerissen, aber vielleicht so konkret noch einmal nachgefragt. Nancy, would you like to start? Sure, they're great questions. First, I'd start with, aren't there places where they work? That question. I would refer you to the Economist, the Economist Intelligence Intelligence Unit, which has produced a series of reports called Infrascopes on each region of the world, where it measures the capacity of a country to manage a PPP in five different areas. And the infrascopes show that there are very few countries in Asia, Africa, or Latin America that have the capability of managing a public-private partnership. Well, I'm just referring to a very important study. Secondly, you're absolutely right, Philip, that each sector is different. And the way that the PPPs are sold is over decades, what the researchers do to trick people is that they take all the sectors from ICT and roads and energy, they put all the sectors in one big lump, and then they tell you what good performance there is, meaning how profitable they are. But in sectors that are what are called natural monopolies, it's a very important term, where there's no competition. What's a natural monopoly? Water, only one company or person or entity can own the pipes, electricity distribution. If there's no competition, it's very likely that that project will breed all kinds of corruption. And indeed, if you look at each sector, you see a concentration of power in banking and energy and water so that the potential for competition, even where you have a competitive sector, is really diminished. If I were to have a PPP in a failed state, like the United States, then I would make it a management contract where power exists outside the private entity to run things. But in conclusion, I want to say that anyone that wants to work on this topic, I suggest that they put their hands on a copy of the model clauses for PPP contracts and model PPP laws. Because what they will tell you is that maybe a PPP could succeed if it didn't have such a rotten contract and such a rotten law. Now, that's strong language, right? So let me give you an example and back it up. The model contract for a public-private partnership invokes investor-to-state dispute mechanisms. That shouldn't be the case. The model contract allows allows a firm to sue the government if there's a union strike that delays a project or a protest that delays a project. Now, in a world where there's more and more repression of civil society, this is a recipe for militarization. Imagine you acquire land and the power to acquire land is put in the presidency, I'll stop. And then you acquire the land and then you disallow protest and in order to avoid paying the firm, you send in the military. But my time has expired. No, no, it's very interesting. I think we won't run out of time tonight. But maybe others want to reply to the same questions as well. Xavier, what's your point on not black or white but gray PPPs? Just picking up on one issue that was raised about the size of the projects. When looking at what's happening at the European level but also at the G20 level, what the multilateral development banks are speaking about is not financing for small-scale projects. Actually, we are speaking here about PVPs but I think it's part of a broader infrastructure agenda and as Nancy was showing before, actually here we speak about mega projects and you even have more creative names to speak about trillions. What are the... Giga and Tera. Giga and Tera projects. And actually, when thinking about what kind of model for our society, let's say for the energy sector for instance, we want. As NGOs working on public finance, what we ask the European Investment Bank, other banks are actually to find the ways to finance small-scale projects. Energy efficiency, for instance, to enable those communities that are trying to generate their own electricity to have the tools to support them. And actually, those tools at the moment don't exist. On energy efficiency to a certain extent they do in certain countries but still on a large scale they don't exist. So actually, the fact of going for large infrastructure in itself is also a problem. It could in certain situations very specific ones I would say be positive but in many of the projects that we see, some of them are useless especially in the energy sector when we think about the fossil fuel infrastructure. Those kind of financial mechanism still reinforce the lock-in of fossil fuels in our energy systems. So I would really say the financial mechanism cannot be completely separated from the project on the ground. And those kind of mechanisms are mainly supporting mega-projects with all the potential environmental, social harmful impacts around them. Jana Mattert, would you like to tell us something to the two questions? Yes, of course. Also zunächst zum Thema Staatsversagen. Das ja, das Staatsversagen war lange Zeit quasi eine Argumentation, um zu privatisieren, um auch also es ging immer mit einher, dass man sagt, die Bürokratie ist zu groß und man muss das abbauen. Die Rede vom schlanken Staat ist eigentlich der Hintergrund für die Anfänge der Privatisierung. Was ich vorhin auch bei der Bundesfernstraßengesellschaft deutlich machen wollte, ist, dass die Bundesfernstraßengesellschaft keine Konzepte für eine bessere Organisation bietet, sondern es ist ein reines Finanzierungsinstrument. Hier geht es überhaupt nicht darum, die Organisation, das hat ja auch Sven-Christian Kindler schon gesagt, die Organisation, wie sie derzeit über den Bundesverkehrswegeplan gemacht wird, in irgendeiner Weise zu verbessern. Es gab als Antwort auf die Fratscher-Kommission eine von den Ländern eingerichtete Kommission, die nannte sich die Bode-Wicht-Kommission, die sich gegen die Bundesfernstraßengesellschaft ausgesprochen hat, aber natürlich gesagt hat, es braucht Optimierung innerhalb der Verwaltung. Aber das ist halt nicht die Debatte, die wir führen. Ich wollte auch noch mal was zu den Fragen sagen. Ich glaube, was ist das für mich so und ich glaube, ich habe bei anderen auch ausgehört, dass man sich grundsätzlich gegen private Investitionen ausspricht. Das ist ja nicht die Debatte so, sondern ich glaube, wenn man sich Europa und Deutschland anguckt, dann haben wir ein öffentliches und privates Investitionsdefizit. Also das, was eigentlich wir an Infrastruktur haben, an öffentlichen Vermögen da ist, aber auch an privaten Investitionen haben wir einfach Defizite und dann müsste irgendwie mal gucken, wie man da rauskommt. Ich bin aber auch als Betriebswirt, ich bin dafür eine klare Aufgabenverteilung. Also öffentlich-private Partnerschaften ist eben beides zusammen. Öffentlich-privat in einer komischen Mischfinanzierung zusammen und eine Mischaufgabenverteilung. Das finde ich, also man kann ja auch sich angucken, ich glaube, es war richtig, dass man und zum Beispiel, dass man jetzt Handynetze nicht mehr staatlich hat oder so. Wir haben Wettbewerb bei Handynetzen, das hat auch europaweit, das hat dazu geführt, dass Kosten gesunken sind und dass wir dort auch einen besseren Service haben, als wir wahrscheinlich bei einer Staatstelekom hätten zum Beispiel. Also da finde ich ehrlich gesagt eine klare Aufgabentrennung in dem Fall besser, wenn die öffentliche Daseinsvorsorge weiter gewährleistet ist. Da gab es eine Privatisierung, ich glaube, in dem Fall war das richtig. Aber wir haben eben keine ÖPP-Projekte, sondern wir haben einen privaten Markt und der dort für Wettbewerb sorgt. Das ist das, was Nancy gesagt hat zu den natürlichen Monopolen. So in dem Bereich natürlicher Monopolen oder da auch, wo ich Fragen habe an Innovationstätigkeit, die vielleicht Staat nicht sofort organisieren kann. Ich würde sagen, zum Beispiel auch im Breitbandausbau ist es gut, wenn es dort zum Beispiel auch Wettbewerb zwischen kommunalen Unternehmen, Unternehmen gibt, die öffentlich organisiert sind, aber auch privaten Unternehmen, um einen öffentlichen Breitbandausbau zu organisieren. Das muss nicht aus meiner Sicht alles der Staat machen oder so. Aber auch da brauche ich keine komplizierten ÖPP-Modelle. Da finde ich, kann man verschiedenen Wettbewerb treten oder auch für die Lückenprobleme, die ich habe, sich angucken, wie dann das geschlossen werden kann. Wir schlagen zum Beispiel vor eine kommunale Breitbandgesellschaft zu Gründen, die dann sich um die blinden Flecken im ländlichen Raum kümmert. Aber im Bereich der Fernstraßen habe ich kein Innovationsproblem. Da habe ich kein Problem in Innovationen. Also Fernstraßenbau und Sanierung von Autobahnen ist kein Hexenwerk oder so. Das machen Straßenbaumeisteri seit Jahrzehnten oder so. Das ist nicht so, wo ich irgendwie besonders viel privatwirtschaftliche Innovation zum Beispiel brauche, die ich dann mit drei, vier Prozent extra Rendite bezahle oder so. Das ist keine Sache, wo ich sage, da brauche ich private. Übrigens habe ich private im Fernstraßenbau. Es ist nicht so, dass der Staat alles selber baut. Wir haben viele kleine mittelschändische Firmen, die wir neben Brücken bauen wollen, wir planen wollen. Also es ist nicht so, dass wir private da rauszeiten. Das ist ja die Sage, wenn man sagt, ÖPP sieht man kritisch, dann will man nicht, dass alles der Staat macht oder so. Wir wollen auch, dass Kitas und Schulen werden nachher auch von privaten, lokalen Baufirmen gebaut. Die Frage ist, mache ich die Finanzierung in so einer komischen Mischform, wo ich die Aufgaben nicht richtig trenne? Und das ist eher das große Problem. Das wird auch nicht zu weniger Bürokratie führen. Ich habe nachher hunderte Seiten an Verträgen, die kein Mensch versteht, außer ein paar Wirtschaftsjuristen bei den Unternehmen und vielleicht, wenn ich Glück habe, noch ein, zwei Leute in der Bauverwaltung. Wenn ich Glück habe, aber in Kommunen und in Ländern brauche ich wirklich exklusivte Wirtschaftsjuristen, die sich damit auskennen, was alle die komplizierten vertragsjuristischen Klauseln bedeuten. Und der Stadtrat kann sich da nicht einsehen, weil das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist. Wir Abgeordnete können sich nur in eine Geheimzustelle einsehen, ich kann nicht darüber reden und kann mich auch nicht durch 500 Seiten Betriebszustelle durchforsten. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir haben nicht weniger Bürokratie, sondern in jedem Fall mehr Bürokratie. Einen Punkt wollte ich nochmal zum Staatsversagen sagen. Das Problem ist doch, wir haben viel zu wenig Menschen in Bauverwaltung und auch in Infrastrukturverwaltung, die wirklich gut danach öffentlichen Bau auch planen können. Da braucht man mehr Kontrolle, mehr Planung. Aber auch wenn ich ÖPP mache, brauche ich gute Leute in Verwaltung, weil die das kontrollieren müssen, weil die das organisieren müssen. Die habe ich eben häufig aber auch nicht. Und wenn die nicht ausgebildet sind und nicht explizierte Experten sind im Wirtschaftsgerest, dann lassen sich über den Tisch ziehen. Und das erleben wir in ganz vielen Stellen. Und weil wir das nicht demokratisch kontrollieren können, keine Transparenz haben können, bin ich dafür entweder zu sagen, das machen wir öffentlich und beauftragen dann öffentlich, private, besser mittelständische und kleine Firmen, nicht große Firmen wie bei ÖPP oder wir machen es eben privat, aber diese komplizierte Mischfinanzierung und die Aufgabentrennung, die nicht klar ist, die führt zu dem großen Problem, dass sich der Staat häufig über den Tisch ziehen lässt. Und das ist, finde ich, das Problem bei ÖPP. Nicht, dass man grundsätzlich private Investitionen ablehnt, im Gegenteil. Möchten Sie noch ergänzen, Herr Witzel, zu der Frage? Ja, ich möchte noch zwei, drei Sätze sagen zur Rolle der Privaten bei öffentlichen Investitionen. Wir haben ja durchaus zum Teil ein starkes Engagement von privaten Unternehmen bei der öffentlichen Infrastruktur, und zwar da, wo es um die öffentliche Auftragsvergabe geht. Und in der Regel ist es so, dass die öffentlichen Aufträge durch private Betriebe ausgeführt werden. Und da, denke ich, gibt es auch eine ganze Menge zu tun. Da gibt es, da ist sehr viel Wachsamkeit gefordert, nämlich um einen Staatsversagen zu verhindern. Der Staat hat hier nämlich die Verantwortung und die Aufgabe, sozial-ökologische Kriterien bei der Auftragsvergabe wirklich zu verlangen, durchzusetzen und zu überwachen. Und wenn er das nicht macht, dann kann die Allgemeinheit wirklich Schaden leiden. Und ich glaube, dass hier gerade die Verantwortung vom Staat stärker wahrgenommen werden muss, sozial- und ökologische Kriterien bei der Auftragsvergabe wirklich genau zu definieren und über diesen Weg auch dazu beizutragen, dass die privaten Unternehmen, die hier diese Aufträge bekommen und ausführen, diese entsprechend verantwortungsvoll tatsächlich auch ausführen. Dankeschön. Ich sehe weitere Fragen einmal zur Rechten. Mikrofon kommt. Ja, mein Name ist Wolfgang Pohl. Ich arbeite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und beschäftige mich mit Kommunalpolitik. Ich möchte eine Bemerkung zur Schuldenbremse machen und dann auch noch ein paar wenige Sätze zu kommunalen Erfahrungen mit Privatisierung und PPP. Ich glaube, ein großes Problem der Schuldenbremse ist, dass sie tatsächlich nur den Haushalt im Sinne von Geld betrachtet, aber nicht das öffentliche Vermögen. Wenn ich betriebswirtschaftlich rechne und das sollen ja eigentlich mit der Einführung der Doppik die Kommunen machen, einige Bundesländer buchen auch schon Doppik, dann wird eigentlich klar, wenn ich eine Brücke nicht saniere, wenn ich ein Gebäude nicht saniere, dann muss ich es abschreiben und dann verliere ich auch Vermögen. Ab einem bestimmten Punkt habe ich dann auch Folgeschäden, die durchaus größer sein können als die Zinsbelastung, die ich hätte, wenn ich das ganze Ding reparieren würde. Gerade jetzt in Zeiten der Niedrigzinsen. Das heißt, es kann eigentlich der nachfolgenden Generation relativ egal sein, ob wir ihr einen überschuldeten öffentlichen Haushalt oder eine marode Infrastruktur hinterlassen. Wir dürfen beides nicht tun, klar. Aber die Schuldenbremse bezieht sich eben nur auf den öffentlichen Haushalt und macht keine Gesamtbetrachtung. Das, glaube ich, muss thematisiert werden. Und was kommunale Erfahrungen mit Privatisierung und PPP angeht, es sind ein paar Faktoren genannt worden, warum solche Modelle für die öffentliche Hand oft teurer sind. Ein weiterer, da hat Sven Christian eben auch schon, das hat er auch schon angedeutet, ein weiterer ist, ich kann als Kommune, wenn ich Aufgaben rausgebe, zum Beispiel in der Abfallwirtschaft, dazu haben wir ja vor ein paar Jahren eine Studie gemacht, dann kann ich nicht auf mein Fachpersonal verzichten. Das heißt, ich habe praktisch eine Doppelstruktur. Ich muss als Kommune die Verträge knallhart verhandeln und ich brauche Personal, was fachkundig ist und was den Privaten, in welcher wirtschaftlichen Struktur auch immer er agiert, was ihn auch überwacht. Sonst bekomme ich richtig Ärger mit zum Beispiel den Kunden, weil die Tonnen nicht abgeholt werden oder weil die Preise plötzlich steigen oder was auch immer. Also ich muss das Fachpersonal vorhalten, entweder als eigenes Personal oder ich muss Planungsbüros, Anwaltskanzleien oder sonst wen beauftragen. Und auch das ist ein Kostenfaktor, der zumindest geringer wird, wenn ich bestimmte Aufgaben, die die öffentliche Hand ja schon lange macht, in der öffentlichen Hand behalte, wo dieses Personal ja dann sowieso vorhanden ist. Dankeschön. Dann Barbara Unmüßig. Zwei, drei. Ja, Barbara Unmüßig, auch Heinrich Böll Stiftung. Ich würde gerne nochmal den Bogen zur globalen Debatte schlagen und Nancy fragen, was du darüber weißt, wie stark die Finanzindustrie in den G20-Ländern ihrerseits, also Malte, du hast ja vorher die Frage auf Deutschland gestellt, vielleicht mal eine globale Frage, wie nimmt die Finanzindustrie unter anderem Einfluss auf auch solche wichtigen G20-Beschlüsse oder G20-Paradigmen, wenn da noch nicht mal unbedingt Beschlüsse. Was weißt du darüber? Gibt es auch da eine gute Datenbank oder eine Datenbasis? Erzählt. Dankeschön. Und in der vierten Reihe war noch eine weitere Frage. Ja, okay. Dann eine schaffen wir wahrscheinlich gerade noch, je nachdem, wie lange jetzt die Antworten ausführen. Aber es war ja im Prinzip mehr ein Statement als eine Frage von rechts. Nancy, would you like to reply to the question right away, what's the influence of the financial industry on the G20? Yes, if you look at the percentage of GDP represented by the finance industry, and I know the US, I don't know other countries, it's really grown considerably and it's kind of like a very hungry monster. and one way to look at it is that the government budgets or government procurement of services represents around 20% of gross product in the world. so it's enormous. And the private sector wants to devour the procurement budgets of countries around the world. I mean, that's a very ideological statement and I can walk it back and say that, you know, there are really good reasons for governments to contract with private firms in a whole number of instances. I was being sort of dramatic for a fact. But because we have what's called financial capture of governments, so that, you know, it's like a puppet and the puppet face looks like the government, but the hand inside the puppet is the private sector. So we have a puppetry kind of situation and the thing that is tragic about it is that Oxfam, for instance, comes out with these numbers that the poorest 50% of people in the whole world, which is like 3.7 billion people, control as much wealth as 62 people I think there are a few women, but 62 people. And that's pretty, pretty obscene. And yet, we don't hear, maybe because we're post-truth, the kind of mechanisms that are privatizing gain and socializing losses and the fact that that machine that's doing that is speeding up. It's speeding up. And so, you know, while I really appreciate the questions about, oh, let's not be black and white about this, the thing that really gives the lie to the whole program, like Xavier was saying, is that they're less interested in infrastructure than getting the engine of the global economy moving again. well, I'll tell you how to do that. It's to be sure that average people have money. You know, the MDBs, including the World Bank, are trying to kill collective bargaining all over the world. Core labor rights are going to the dogs. And so, if average people don't have money and you don't have demand for goods and services, then you're going to have an emergency. We have an emergency. Can I say one more thing? Which is that, that this whole machine is going to speed up using a lot of very carbon intensive, locking in a lot of carbon intensive technology. And so, in the old days, you used to say, a project is good if it's appropriate scale. If it's a good scale as a megaproject, go for it. I'm not opposed to megaprojects. And if it's a PPP, great. I'm not opposed to PPPs. But the way in which they're driven and the rights that are shifted from citizens to investors really, in our view, spells disaster for the planet. Thanks. I think, we'll take a moment to take a minute of a question, the one more question, the one more question, the one more question, the one more question? Es ist auch ein Teil der Diskussion, wenn das gestattet ist. Ja, gerne. Mein Name ist Karl Wassmuth. Ich bin auch Mitglied in der Organisation Gemeinde und Bürgerinnenhand. Und wir hatten jetzt praktisch auch aus dem Publikum von Ihnen und dem Herrn, der vor mir sitzt, dankenswerterweise so praktisch ein bisschen das Kitzeln, wo geht das eigentlich hin, wo sind die Grenzen unserer Argumentationen. Da ist eine, die Größenordnung. Kann man denn eigentlich hier alles in Bausch und Bogen verdammen? Darf man überhaupt so Größenordnungen über öffentlich-private Partnerschaften oder über diese Art von Infrastrukturinvestitionen sprechen? Und der andere Aspekt ist, wo berührt das Privatisierung? Ist das eigentlich alles Privatisierung? Das hatte die Dame, glaube ich, angesprochen und gesagt, wenn das Eigentum beim Staat bleibt, hatte ich Sie richtig verstanden, ist das dann überhaupt noch ein Privatisierungsproblem? Und natürlich will ich das nicht alles vorwegnehmen, was auf dem Podium ist, aber ich denke, oder als Frage formuliert, ist es denn nicht berechtigt, wenn wir einen so großen empirischen Befund haben, wie wir ihn haben? Der geht ja nicht nur, es ist ein weltweiter Befund, er spricht über den globalen Süden, er spricht von Europa und wir können ihn auch in Deutschland konstatieren, dass ÖPPs so schlecht sind, wir sind eher bei 40 Prozent, Sven-Christian Kindler, was die Bundesrechnungshöfe im Durchschnitt haben, als bei 20 an Kosten Nachteil. Der britische Rechnungshof hat 70 Prozent Finanzierungsnachteil, überhaupt erst mal rechnet, der muss dann durch gewisse Effizienzvorteile ausgeglichen werden. Also wenn wir solche gigantischen empirischen Befunde haben, ist es dann sinnvoll, jetzt irgendwo noch den Goldstaub zu finden, der sagt, da hier könnte es vielleicht noch ein gutes ÖPP zu geben oder darf man berechtigterweise auch mal über das ganze Modell sprechen und sagen, verfolgen wir hier einen falschen Weg? Zum Eigentum ist es auch so, Privatisierung, da sind wir in Deutschland relativ weit gekommen, denken, das wird ja ganz breit abgelehnt, das sagen auch die Umfragen, Privatisierung wollen wir nicht, aus vielen Gründen, die implizit angesprochen werden und sind öffentlich-private Partnerschaften eigentlich eine Privatisierung? Diese Frage müssen wir beantworten, denke ich. Unsere Position ist, ja, es ist die funktionale Privatisierung, die Eigentumsrechte an den Straßen werden ja überlagert vom öffentlichen Recht, da kann man sozusagen etwas privatisieren, nämlich dass man das Geld dafür bekommt, das zu betreiben und das macht viel mehr aus, als die Straße selbst zu besitzen, mit der man eigentlich gar nichts machen kann, außer Autos drauf fahren zu lassen. Das heißt also, das, was hier privatisiert wird, das sind unsere Steuergelder und die Mautgebühren und darauf müssen wir unseren Fokus richten. Das wäre eben auch die Frage, ob das geteilt wird auf dem Podium und als dritten Punkt, ah ne, ich hatte ja nur zwei angekündigt, dann lasse ich das, danke. Gut, vielen Dank, ja, und unsere Zeit ist auch fast um, insofern, wenn es jetzt aus dem Publikum nicht noch weiteren dringenden Redebedarf gibt, würde ich jetzt quasi eine Reaktion auf die letzten Statements, einen dringenden Redebedarf gibt es doch noch, sehe ich, dann nehmen wir den noch schnell mit. Okay, go ahead. Okay, maybe we can integrate that in the last round, where everybody can say something to the last remarks and questions und von meiner Seite aus wäre es auch, würde ich mich von allen noch zum Abschluss interessieren, weil wir jetzt viel sozusagen ja auch nach hinten und auf die vergangenen Projekte geguckt haben, was aus Ihrer jeweiligen Sicht jetzt strategisch eigentlich der wichtigste Hebel ist, wenn man sagt, zumindest in vielen Bereichen hat es sich ja gezeigt, dass Privatisierung und PPPs, die Frage, gehören die da mit rein, könnte ja vielleicht in dem Rahmen auch nochmal gestreift werden, die als letztes noch gestellt worden ist, wenn die Fakten da so klar sind, was ist denn der wichtigste Hebel, wo sich was verändern muss, damit es von diesen Erkenntnissen zu den politischen Konsequenzen in dem Bereich kommt, also wo ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Punkt, der in den nächsten Monaten oder Jahren beackert werden muss, damit man da zu einer Weiterentwicklung kommt. Nancy, would you like to start again and maybe you can also answer the question that was raised last about the return rates of many of those projects or maybe Xavier can do that as well. In terms of Carl, your question, what I heard you saying is what really is privatization and it's a sort of important question because there are several layers, several levels. At the very most fundamental level, there's a management contract, there are leases and affermages, there are concessions where most powers are turned over to the private sector, finally there's ownership. and so there are many levels of privatization and it's important not to be fooled by the conversation. The key question is, you know, the World Bank's image for a public-private partnership is a handshake and what the actual image really is is the private sector putting a noose around the neck of the public sector frequently, so the key is control and I'm looking for lawyers that will research the contracts and the laws because I feel like in terms of what we can do, we can really show what the rules of the game are in a much better way than we have in the past. In terms of the rates of returns, Nick, you're an expert on it, so you might want to answer that question yourself, but you told me earlier today that the answer was 15 to 30 percent or 25 percent. Did I get that right, Nick? And, you know, the kind of outcome that we could achieve if things really went wrong and we don't want them to go really wrong, but is that the fees that African or Bolivian or, you know, poor people are paying for their water or for their roads or for their education are contributing to a pension revenue stream that supports people like me? To me, that's a very, very tragic outcome that we want to avoid at all costs. To the extent possible, revenue streams should stay within the country of origin. And if there are any people here that study finance, what the business 20, the business community, really wants is capital account liberalization so that money can move in and out of countries, you know, at will. They want a multilateral, they want to get out of the German G20 or the next one, they want to have a multilateral court that settles all investment disputes. And one thing that civil society has been doing, and I'm not sure this gets at your question about governance and impacts. For 30 years, civil society has been studying the impacts of public-private partnerships. And, you know, it's important to put a human face on this. Like, you know, in Peru, I was in Peru when there were public and private water companies, and we were in the convention center surrounded by the military police around the whole convention center, and inside were the labor unions for water and health. And we were working with the head of the water union. And in the middle of our demonstration and our workshop, he was kidnapped. And we waited and waited to see if he would be killed or released because he had an important case to make, okay, because the private water workers were making half of the wages that the public sector workers were making. And so the government didn't want him to make his case, and he was ultimately released and had a heart attack. And, you know, we're talking about really, really dramatic occurrences on the ground, and I don't think we're going to get anywhere in closing by studying the impacts of PPPs too much. It's important to do it, but we've been doing it for 30 years. They don't really care what the impacts are, and I think that Savior gave the perfect example, a project that isn't even functioning but is labeled a success. You know, we have to look at the 1% that's running the whole scheme, and instead of looking only at the damage at the bottom, we have to look at the gains at the top and the rules that enable these terrible, terrible, terrible things to happen in the 1%. Thank you, Nancy. I mean, just to conclude on the issue of democratic discussion, control of what is being built. The question is, who do we want to take decisions about the infrastructure? I guess for people on the ground, for citizens, they want to have a say about what is built on their territory. And clearly, the financialization model, you know, about fund managers, investment funds, deciding for people what will be built on their territory is very problematic. And clearly, the fact of going through innovative financial instruments, PVPs, doesn't help at all advancing on that front. So I think it's really important to keep that in mind. And yeah, just to say from a civil society perspective, what's important is also to be able to speak to other groups working on different issues because this discussion about the infrastructure agenda being pushed which also has very important consequences, you know, on the debt issue, there are tax matters related to it, as well as mentioned before. So I think it's really important to keep the debate alive. So that's why it's very good that tonight we had the chance to open up some of those issues. Thank you. Anna, Matad? Ja, wir denken, dass wir Fehlanreize für PPP angehen sollten, die wurden auch hier auf dem Podium schon benannt. Das ist zum einen die Schuldenbremse, die dazu führt, dass PPPs nicht gemacht werden, weil sie besser oder effizienter sind, sondern einfach um Investitionen in Infrastrukturen zu tätigen. und wir würden uns einer Forderung, die von den Gewerkschaften auch gemacht wird, anschließen, dass Investitionen in die Daseinsvorsorge aus der Schuldenbremse ausgenommen werden sollten. Dankeschön. Herr Wütze, da können Sie ja nahtlos anschließen. Ja, also wir stellen PPP oder ÖPP grundsätzlich auch infrage. Das kann überhaupt kein Zukunftsmodell sein. Es hat sich als zu teuer und zum Schaden der Allgemeinheit erwiesen. Was notwendig ist, dass Transparenz hergestellt wird über alle Projekte, die bisher stattgefunden haben. Die Allgemeinheit hat einen Anspruch darauf zu erfahren, was da schiefgelaufen ist und weshalb dieses Modell nicht zukunftsfähig ist. Und was für uns wirklich elementar ist, und das hatte ich bereits eingangs gesagt, die Einnahmeseite des Staates muss deutlich verbessert werden. Hier müssen große Vermögen, große Einkommen und große Erbschaften angemessen besteuert werden, damit der Staat überhaupt keine Probleme hat, seine Aufgaben ordnungsgemäß zu leisten. Noch mal kurz auf Karl Wassmund einzugehen. Ich halte ÖPP auch für eine indirekte Privatisierung, weil natürlich damit demokratische Kontrolle de facto unmöglich gemacht wird. Für uns als Parlament, wir können ÖPP-Projekte nicht wirklich kontrollieren. Wir sind die gewählten Volksvertreter, die für Bürgerinnen und Bürger dann auch gucken sollen, dass nachher auch wir die Kontrolle weiterhin behalten. Aber über 30 Jahre und mehr geben wir dann nachher Kontrolle ab an private Unternehmen, die damit nachher große Gewinne machen. Und das ist, glaube ich, das, was man als Privatisierung und nicht mehr als öffentliche Kontrolle auch so dann in der Klarheit kennzeichnen muss. Ich halte es für sehr unrealistisch, dass man die Schuldenbremse, die Verfassungsrang hat, so schnell ändern wird. Darüber kann man lange reden. Ich glaube, wichtig ist, dass man das Investitionsthema öffentlich auch noch mal stärker positioniert. Das, was Wolfgang Pohl vorhin gesagt hat, das finde ich sehr wichtig. Wir brauchen eine öffentliche Vermögensbilanzierung eigentlich. Wir müssen wissen, was haben wir an Vermögen und wo zerfällt es, damit wir auch in der öffentlichen Haushalt Schwerpunkte legen auf das, was wir an Investitionen brauchen. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, ÖPP-Projekte gleichzustellen mit staatlicher Verschuldung und der Schuldenbremse. Also das ist bisher nicht einberechnet. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Wenn wir das in Kommunen und Ländern im Bund gleichstellen, haben wir keinen falschen Anreiz mehr, das als Finanzierungsalternative zu nehmen und werden sehen, dass das nachher dann wegen höherer Kosten und geringerer Wirtschaftlichkeit weniger gemacht wird. Gleichzeitig muss man natürlich dafür sorgen, dass Investitionen weiterhin möglich sind. Kann ich an den Kollegen von der Gewerkschaft gut anschließen. Öffentliche Armut und privater Reichtum hängen ganz zentral zusammen. Das heißt, wenn wir nicht dafür sorgen, dass Steuerbetrug massiv bekämpft wird, den wir haben auf deutscher, europäischer und globaler Ebene, wenn wir nicht dafür sorgen, dass auch nachher große Vermögen sich fair beteiligen, zum Beispiel durch eine Vermögensteuer, dann werden wir auch nicht die öffentliche Armut oder Investitionen gerecht finanzieren können. Danke. Das sind doch nochmal sehr schöne Schlussworte gewesen. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Ihnen allen herzlich zu danken im Publikum für das Interesse an dem komplexen Thema. Bis zum Schluss sind ja fast alle da geblieben. Das zeigt mir, dass es hoffentlich für Sie auch ein genauso anregender Abend war wie für mich. Ich danke den Veranstaltern für die Organisation und die Einladung und natürlich dem Podium für die fundierten Beiträge und die gute engagierte Diskussion. Die kann jetzt bei Interesse noch ein kleines Weilchen im direkten Gespräch fortgesetzt werden. Unten Treppe runter nach rechts gibt es Brezeln und Getränke, wozu Sie alle herzlich eingeladen sind. In dem Sinne viel Spaß dabei und danach einen schönen Heimweg. Applaus Ich danke den Veranstaltern.